Und als Bären in der AK brauchen wir Steff-Duder. Hier hinten ist bestimmt was gesporen. Kommt keiner. Na dann hauen wir ab. Gehen wir zum Jägocamp? Ja. UN-Straussensparen als Ausgang wäre natürlich. Das Gäste könnte ich nicht da hoch finden. Ja, Steffs gefunden am Sniper-Felsen. Ja. 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 Ja, ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Einer hat es hinter sich. Ja, gut. Dann würde ich ihn eigentlich gerne looten wollen. Nö, nö. Nicht dort. Jetzt fliegst du gleich daneben. Na ja, dann lass uns weg. Lass uns weg. Das juckt mich auch noch in den Fingern. Danach nicht mehr. Immerhin Krach gemacht. Da haben wir noch andere gehört, die sich rege dafür integrieren. Ja, das finde ich. Da hast du recht. Und dann schließen sie uns in die Schlumpen. Unser Zeug liegt im Dreck. Wie immer. Meistens. Ja, ging doch ganz gut. Bis auf die letzte Runde, wo wir halt mal wieder eine gekriegt haben. Aber sonst ist es okay. Ich hasse es hier lang, aber es ist halt der kurzes Weg irgendwie. Aber der hat ganz schön Kassierer, da hat gar keine Chance. Er stand auf offenem Feld, aber konnte nicht mal weg. Ich würde gerne da unten mitmischen. Oh. Ein bisschen Klapper, also. Mhm, dann geht es auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr schön gesehen. Das hat es erlebt. Ja. Ja. Oh, ein Joscha. Das war meine Granate. Ja, die hat er da reingepackt. Wollte gerade mich freuen. Hat er sogar eine Granate dabei. Was hat das für eine Waffe? Eine Schrotflinder. Ja. Wenn du willst, kann ich sie geben. Ja. 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 er wollte weg das tut waren das alle ich glaube links zu uns hat auch noch was verrascht bin mir auch nicht so sicher gestorben ist etwas gehört noch warte mal Hey Baxter, grüß dich zu so später Stunde, herzlich willkommen. Na loko, und schon selber am zocken? Oh ja. Baxter, ich danke dir fürs holen, freu ich mich riesig, dankeschön. Wie kommst du voran, leveltechnisch? So wie ist das Ding, jetzt ist es soweit. Ja. Muss klappen, wenn der Kinner hockt. Hab ich. Da liegt in der Presse im Treck. Jetzt muss es klappen. Level 4. Ja, wir liegen gleich daneben. Stopp, stopp, stopp. Oh, der hat einen großen Rucksack. Level 8. Ja, läuft. Bisschen anstrengend, aber man kennt es. Tja, Tarkov nimmt und Tarkov nimmt, ne, aber wir können uns auch nicht beklagen. Läuft recht gut. So weit. Alter. Der hat ja Zeug gelootet ohne Ende. Ich soll den hier nicht bleiben. Ich weiß, Blei, ich weiß. Mach hin! Du kannst dich schon verstecken. Ich muss hier noch meine Schäfchen ins Trockene bringen. Ja, ich weiß. Ich gucke mal hier ein, mit Parn. Der passt aber gar nicht hier rein, oder? Nee, passt auch nicht. Aber wir sollten hier nicht bleiben, sagt er Blei. Ja, ich gucke schon Dreck dann wieder. Nur wegen seinem Scheiß. Ja. Da wirkt nicht alles Spaß hier. Da wollte auch alles. Naja, gut, jetzt die AKS 74U ist jetzt auch nicht so. Wo ich sage, okay, kann man sich nicht, ist unerschwinglich. Eben, die kostet nicht. Nee. Ja, wir haben gestern freudig angefangen, bis es nichts mehr ging. Ja, und dann sind wir nicht mal reingekommen. Ja, deswegen war gestern bloß erst mal bis Level 4. Hatte mir eigentlich mehr vorgenommen, aber naja, was will ich so machen? Oh, ein bisschen Arena noch jetzt hat. Oh, macht auch Spaß. Boah, was bin ich denn jetzt? Bin ich schon Level 11 oder auf dem Weg zu Level 11? Auf dem Weg glaube ich. Nein, das ist noch keiner. Ja. Okay, wir können hier ZB 016 raus. Geil. Nehmen wir an. Wir können hier unten. Wir können hier unten. Die ist halt nicht so dunkel wie in den Bären. Ja, hier habe ich nichts wie in Bernhard. Ja, aber es geht ja um zu spielen. So, weißt du so. Wenn es läuft, ist es schon geil. Hexagon. Ja, wenn man so hätte gestern spielen können, wie wir jetzt spielen können. Ja, hier ist ein AKS, 74 Uhr. Äh, 74. Ich bin rausgeschnipst, einwandfrei. Gott sei Dank, die ist scheiße. Oh, endlich. Scheiße, ich kriege es nicht mehr mit. Oh, die... Oh, wie ist das? Warte mal, warte mal. Lächste deine, oder so. Wenn die nicht schrott war. Bisschen grissen. Meiner, wenn die schrott... Naja, noch funktioniert sie ja ganz gut, weißt du. Ja. Oh. Ach, die ist gut. Ja, die macht ihren Job. Das ist die schöne Waffe, die schießt exakt. Das ist wirklich geil. Was können deine Lieblings-Mac... Ach so, die neue. Ja, die ist geil. Ein bisschen... Ja. Ich weiß nicht, also... Ist ja für Anfänger eigentlich so gedacht. Ja, aber dadurch, dass sie so klein ist, hast du doch relativ oft PvP. Aber naja, da lernen sie es wenigstens. Auch nicht schlecht. Also mir gefällt die auch richtig gut. Wir haben auch schon... Schöne Fights gehabt. Ja, schöne Fights gehabt heute. Ja, ich bin fast Level 11. Krass.